21 juni vielleicht das war auch juni oder 21 juni nein da würde ich sagen da das spiel eigentlich englisch ist würde ich sagen sieben zwei eins aber es gibt nur sechs das ist so ein rätsel moment da war hier da war hier was da da waren doch hier zahlen ich weiß die gar nicht mehr die zahlen fünf und zwei und zwei passt nicht dann machen wir zwei und fünf habe ich egal war sowieso falsch ein großer merkwürdig geformter schlüssel so der große merkwürdig geformte schlüssel kommt bestimmt hier in das schöne loch rein ja okay kann ich dankeschön so 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 das passt du magst die schlüssel so was haben wir hier eine kreisförmige platte mit einem stern symbol aber der noch einen stern gehabt hatte der hier oben stern das war nur ein quadrat ne kreisförmige platte mit jeder tier vielleicht da rein da so ja okay das zweite siegel ist offen nur noch eins was ist das das ist ein dreieck die kann man bestimmt losschrauben da ist ein kleiner schlüssel oh hier geht es aber auf der seite einfach nur weil ja so in echt damit man da rumfummeln kann ne ah moment okay also man muss auf jeden fall mit diesem ah moment okay hier war doch okay wie viel braucht der moment der war da so sollte das offen sein die seite jedenfalls ja das ist schon mal offen die aussparung dann haben wir hier so ein dreieck gehabt ah guck mal äh das dreieck war weiß ich nicht wo war das oben links war das oben links ja so jetzt haben wir hier noch hallo so ein komisches zeichen und so ein kreis ja ich ich hab das spiel schon mal gespielt ich kann mich da so an teilweise sachen erinnern so oh guck mal hier ist noch eins an teilweise sachen erinnern aber manchmal hänge ich dann auch ein bisschen so und wo ist jetzt das da das kommt bestimmt noch später was ist das was ist das hm schlüssel und sowas haben wir nicht irgendwas hier zum abdrehen ach so man könnte ja auch mal hier wieder hier ist aber nix gar nix ist da dran verdammt okay ah das ist jetzt ein bisschen kniffliger kann man die umsetzen oder so nee ah ich brauche auf jeden fall irgendwie ein ein zahnrad ist nur die frage wo kriege ich das her hm 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 mein mio mio ist alle okay das muss irgendwas mit dir vorne muss das zu tun haben das ist jetzt zum beispiel hier hänge ich jetzt wieder was ist das was stimmt da ein großes zahnrad angetrieben vom kleinen zahnrad das runter hm ich muss bestimmt noch das zeichen hier finden damit ich da weitermachen kann da ist dann bestimmt das das andere zahnrad drin nur wo ist das zeichen was ist das hier überhaupt ein auge hm hm was ist das ist mir jetzt erst aufgefallen dass ich das hier oben schon lösen kann meinst du hier das hier oder ach du meinst bestimmt ich meinst bestimmt das hier mit äh mit dem hier das hier meinst du bestimmt das ist halt nur die frage wo ist dieses symbol ja das fehlende zeichen das ich drehe nur das hier ist der kreis ach gott es ist so offensichtlich ne oh zahnrad und gummiband mann 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 da hin warum denn da hin ach so was ist das ein kleiner schraubendreher ah okay müssen wir hier jetzt noch irgendwas ne das dürfen wir nicht mehr benutzen so dann lefty losey ridey tidy ui ein seltener äh ein seltsamer klappstösel der gerät so schlüssel oh guck mal das dreht sich jetzt hat sich das nicht das hat sich vorher noch nicht gedreht ne so was haben wir denn hier hier unten ist doch irgendwas hier ist doch da kann man doch irgendwas rein das hat vorher auch noch nichts gemacht okay der passt auf jeden fall nicht da rein mhm 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 der confi user ist zu hause hier da haben wir doch guck mal da kann man hier noch bestimmt reinstecken ich muss mir mal grad ein zettelchen nehmen damit ich mir das aufmalen kann so 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 äh nee so so rein damit ein dreieck ein mittelgroßes zahnrad ah das brauchen wir jetzt bestimmt hier hier für die Mitte natürlich scheint als könnte ich das falls nötig wieder abnehmen ah ja jo ah ein nächstes zahnrad ein mittelgroßes zahnrad okay dann gehen wir hier nochmal hin machen wir da hin und das machen wir da hin und dann brauchen wir bestimmt ein Gummiband ja ja wunderschön jetzt dreht sich das dann können wir das so machen und dann dreht sich das auch und alles dreht sich und was ist das eine lange schmale Stahlröhre kann man die da reinstecken da nee kann man doch bestimmt was mitmachen eine Art kleiner Schlüssel ein altes Foto kann man da irgendwas drauf erkennen Refs 6 Uhr 5 okay 6 Uhr 5 soll den Startschlüssel brauchen wir bestimmt doch hier unten für nee weil da war so ein Loch drin ja n dann wir Перв dann den Startschlüssel dann rich